Die Welt stellt sich eine Frage. Warum der Angriff auf die Vereinigten Staaten? Seit über 100 Jahren halten die Vereinigten Staaten die Welt in einem andauernden Kriegszustand. Immer wieder haben wir die katastrophalen Resultate dieser kriegerischen militärischen Politik gesehen. Diese Kriege führten nicht zu Konfliktlösungen oder Frieden. Sie führten lediglich zu weiteren Kriegen. Die Vereinigten Staaten gaben bisher den Ton an, weil sie am längsten Hebel saßen. Aber jetzt nicht mehr. Dies ist nicht der Beginn eines Krieges, sondern das Ende aller Kriege. Nach San Francisco stellte sich die freie Welt gegen Atlas. Ions verschanzte sich in seinem Hauptquartier Neubagdad. Die Kommunikation brach ab. Beide Seiten wussten, was kommen würde. Wir hatten den Auftrag, mit der 37. Luftdivision beim ersten Angriff reinzufliegen. Dann sollten wir uns absetzen, das Atlas-Kommandozentrum infiltrieren und Ions ausschalten. Cormac war endlich am Ziel. Auf diesen Tag hatte er fünf Jahre gewartet. Letzte Planänderung. Sie flankieren von Osten und Norden und geben Team Blau Deckung beim Angriff aufs Ziel. Ja, Sir. Da habe ich sehr gut getroffen. Ihnen wird es nicht besser gehen als den anderen. Ich will nur nicht alle gleichzeitig riskieren. Wir haben nur eine Chance, ihn zu erwischen. Das ist genug. Ich weiß. Bleiben Sie am Leben. Sie werden gebraucht als Zeuge in Den Haag. Das lasse ich mir nicht entgehen. Gut, viel Glück. Mehr gab es nicht zu sagen. Wir wussten alle, was zu tun war. Das war der Anfang vom Ende für einen von uns. Kingpin, Sentinel-2-1 nähert sich Panzerwagen Romeo Victor-0 mit Winkel 5. Roger. Bleiben Sie bis Neubagdad im Tiefflug. Kingpin Ende. Sentinel-Team, sammelt euch. Greift alles an, was kein Sentinel-Zeichen hat. Hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Ich bin euer Zockopf und heiße euch recht herzlich willkommen zu Call of Duty, Bitches. Ich darf, ich darf es nirg... Oh yeah, Leute, läuft. Ich habe das mit der Y-Umkehr eigentlich machen sollen. Habe ich nicht getan. Deshalb stülp sich doch ab. Wow, warte, ich hätte das Y-Um-Ding. Options, sorry, Leute. Options muss man ganz kurz machen. Ist das so? Fahrt das jetzt hin? Ja, läuft. Beim Fliegen ist das besser so für mich. Bin ich GTA-gewohnt, ne? Schnitzel, kann ich auch Stunts machen? Nee, geht nicht. Verdammt. Gut, Leute, das war aber jetzt nicht, weil ich dumm bin, sondern... EG-1, FOX-2, FOX-3, FOX-4, FOX-4, FOX-4. Boost hätte ich auch noch. Gut. Zack. Läuft. Ein, der Luft abbremsen, gut. Und X ist Boost. Boost. Boost, der Kuchen. Wow, 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 wow. Ziel erledigt. Ja, ich habe natürlich alle Ziele erledigt. Und dann habt ihr den Arsch gerettet. Na, ist das sexy oder ist das sexy, Leute? Wow, warte, jetzt ist... Irgendwie kriege ich das mit der Steuerung. Pust, 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 pusten. Puste, Blume. Zack. Zack, läuft. Wow. Hattapp. Hochziehen. Oh, ja, no. Das hat keiner kommen sehen, Leute. Das hat keiner kommen sehen. Mach mal. Oh mein Gott, Star Wars. Star Wars? Wie komme ich auf Star Wars? Ja, erinnert leicht an Star Wars, ne? Wow. Warte, ich kriege es zusammen. Oh, läuft bei mir. Ah, ich bin in der Schlucht. Ah, läuft. Hydro elektrischer Damm. Das ist auch mal ein Wort, ne? Gut, gut, gut. Wir haben es super gemacht. Ah, Leute, ich hau gegen das Mikrofon. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht mitbekommen. Booster, puste, puste, Blume. Zack. Ah, nicht so tief. Kontrollpunkt erreicht. Sexuell. Wow. Leute, ich kriege das mit der Steuerung nicht so richtig hin. Wow. Steuert sich ein bisschen blöd. Aber es macht irrsinnig Schlaune. Hammer, Leute. Das muss man mal getan haben. Also, Steuerung ist echt kacke. Gebe ich zu. Also, ich... Sechs Uhr? Sechs Uhr? Oh, oh. Nein, also, mein Fehler. Ah, mit der Steuerung komme ich nicht wirklich klar. Ziel erledigt. Läuft bei uns. Und zack. Ich stehe auf dem Pust. Wieder hydro-elektrischer Darm. Sehr gut läuft. Was denn? Okay, ich kann nicht mehr starten. Aha. Nee, nicht. Ich möchte weiter fliegen. 1200 Meter bis zum Ziel. Fahre das System herunter und wechsle auf Tarn-Modus. Verstanden, 01. Ihre Staffel ist nicht mehr auf dem Radar. Das war, Leute, das war Hammer. 2-1 sind auf magnetischer Peilung 315 mit 12 Grad in 400 Metern Höhe. Entfernung 2-7 bis zum Ziel, over. Verbinde das Hub mit dem Kampfnetzwerk. Unser Primärziel ist die Atlas-Kommandozentrale, von wo aus 1 das Kriegsgeschehen tief im Innern lenkt. Mehrere Geschütze dienen der Stadt als Luftabwehr. Wir müssen sie loswerden, wenn wir das Kommandozentrum erreichen wollen. Distanz zum Ziel, 200 Meter. Anzeigen ausschalten und auf Landung vorbereiten. Ich darf weiter fliegen. Sexy, oder? Nein. In der Weile kann ich nichts machen. Nee, ich lande. Verdammt. Wow. Sexy girl. Easy going, easy schießt für dich. So, passt das jetzt eigentlich so? Nein, nein. Das ist eigentlich nicht so. Ganz kurz, warte, kurz, warte, kurz. Sorry, Leute, dass ich das machen muss, aber... Nee, das... Kann man so lassen, oder? Kann man so lassen, oder? Ja, scheiße, ich mach das jetzt. Zack! Wer schießt hier? Ich sehe niemanden. Freund, feind. Bop, bop, bop. Leute, das war richtig sexy. Richtig schnieke. Oh, falscher Knopf. Zack, Spider-Man. Spider-Man. Der kann das, was nur Spider-Man kann. Ich bin der neue Hells-Beiner. Zerstören, okay, wie soll ich denn das zerstören? So, ich versuchte es jetzt einfach easy going. Ich bin einfach umgerannt, habe ich ihn einfach oben gelaufen. Und das Ding ist da. Zack. I'm coming und zerstör dich. Das war in den Kopf. Das war irgendwo hin. Und los. Läuft mit mir. Hi. Bye-bye, baby. Wow. Ich jump da einfach gut. Zweiter Stock im Zielgebäude. Oberster Stock. Läuft. Bin dabei. Bin dabei. Warte, warte. Warte, warte, warte. Ich mach das. Ich mach das. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Lass knacken, mein Freund. Lass knacken. Und nächstes zerstören. Sexy. Aber ich denke, ich hab's nicht zerstört. Bin ich sicher. Ich hab's einfach nur. Und los. Bam, 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 bam. Ihr Schweine. Da, 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 da. Wo, warte, wo? Du. Da auch noch. Sexy. Ich snack euch alle herzlich. Ich mach das. One-Man-Army, baby. Westlich. Sperrfeuer. Wuss. Geht hier Padiab ohne mich? Ah, du Stück, du. Zack. Zack, zack. So, wir verlassen das Ganze hier. Und kann ich hier irgendwo was platzieren oder so? Reinsteigen will ich ja nicht. Okay, warte. Wow. Gut. Sexy. Oh. Zerstören. Zack. Komm her. Ich hab ihn. Ich hab ihn zerstört. Oh, easy. Zack. Hi. Dumm. Verdammt. Läuft bei mir aber richtig. Ja, ich bin nicht wirklich ein Teamplayer grad. Sorry, Leute. Aber das war grad richtig schnieke. Echt jetzt. Das war so sexy, das Ding, was ich da getan hab. Das ist noch so einer. Okay, warte. Den zerstör ich auch. Anschleichen. Hi. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Easy. Schnitzel. Ah, da oben. Hallo. Da, 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 da. Voll daneben. Voll daneben. Aber läuft schon. Mach mal. Gut. Ich, ich, ich leg mich da hinten an. Ah, gut. Hab ich schon. Gut, 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 gut. Angesneakt. Kann ich hier nicht. Du hast mich nicht. Du hast mich nicht entdeckt, mein Freund. Ach, verdammt. Das war blöd. Das war blöd. Zu früh, zu spät, zu irgendwas. Warte, kurz, weiter, kurz, weiter, kurz, weiter, kurz. Dreh dich jetzt nicht immer um. Wow, jetzt hat er mich, er hat mich entdeckt. Er hat mich entdeckt, Leute. Oh Gott. Da oben ist niemand, oder? Fein, Freund, Freund. Gut. Soll ich mal gucken? Wo ist er denn? Hier. Ha. Das ist so ein geiler Kill, Leute. Den muss man gesehen haben, Baby. Zack. Hi. BAM. Läuft so richtig gut für mich gerade eben. Oh, da nicht hinsteigen, ne? So. Du bist tot. Du bist tot, ja. Wow. Gut, gut, gut. Der Nächste, please. Der Nächste, please. Sexy. Tschüss. So, mach dir ein kurzes Wickerchen. Fuck, Hedgehardt. Läuft. Irgendwas muss ich da noch zerstören. Da oben. Gut, krieg ich hin. Ich krieg das hin, Leute. Ich krieg das hin. Wah, verdammt. Ich dachte, ich krieg ihn noch in der Luft, aber doch nicht. Nee. Ich hab noch gedrückt, der Lens. Kann ja auch sehen. Lenk ihn ab einfach. Und ich snack ihn da. Oh, verdammt. Lenk ihn ab. Du lenkst ihn gar nicht ab. Kriegspinett. 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 Oh mein Gott, er hat mich. Geh weg. Lass mich. Aus jetzt. Knizel. Verdammt, was hab ich als Zweitwaffe. Haha, jetzt sind wir zu Ende. Laserknarre. Schneide ich aus dem verkackten Handzug raus. Einfach mit seinem Mund. Zack. Ah, sieben. Komm schon. Komm schon. Sieb. Tut gut, ha? Tut gut. Ja. Macht überhaupt nichts, denke ich. Ich mach echt keinen Schaden mit dem. Ich bin ein richtiger Player. Also ein richtiger. Ja, ja, ja. Du schreckt. Arschloch, du. Ich hasse dich. Sexy, hab ich gesnackt. Wer braucht Deckungsfeuer? Nox, wo ist Nox? Ja, ja, ja. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. So. Sexuell. Da geht's ab, Leute. Oh no, das ist Gift. Das ist das Gift. Das ist das Gift, von dem wir geredet haben. Au. Au. Nox hat's erwischt. Ich brauche einen sofortigen Rettungstransport. Nein, das ist mein Tickor. Wir müssen sofort alle Truppen abziehen. Oh no, noxie. Wieso sind wir im Mond? Weil wir Bartlers waren. Wir drei sind wohl immunisiert worden. Ja, siehst du. Wusste ich doch. Aber das ist doch sexy. Also sexy, scheiße für ihn, aber dumm gelaufen. Au. Böse. Gegen Raketen ist niemand im Mond. Bürger von Neubagdad, haltet durch. Der Sieg ist in greifbarer Nähe. Sehen Sie sich um. Um uns herum fallen die Feinde, einer nach dem anderen. Jeder einzelne von Ihnen kann die Veränderung einleiten. Ja, es wird Verluste und Rückschläge geben. Aber vertrauen Sie mir, wir werden siegen. Die Sicherheit, nach der wir uns alle sehen, und die wir alle verdienen, ist nicht weit entfernt. Doch wir können Sie uns nur holen, wenn auch Sie bereit sind, dafür zu kämpfen. Kämpfen Sie. Oh, Leute. Das war so sexy, Leute. Das war jetzt richtig sexy. Ha. Ach, Vollgas. Gut, Leute. Dann wieder mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht es gut. Haut rein. Tschüss.